Verbotene Archäologie? In der Archäologie gilt die Weisheit, was man nicht erklären kann, sieht man gern als kultisch an. In parawissenschaftlichen Kreisen auch als außerirdisch. Besonders schwierig wird die Interpretation eines Fundes, wenn er einzigartig ist, wie die im Grab des ägyptischen Prinzen Sabu freigelegte 5000 Jahre alte Scheibe. Die Präastronautiker sehen darin die Nachbildung einer Flugscheibe. Die Wissenschaftler tappen im Dunkeln und tippen auf eine Feuerschale. Aber wieso wurde dann so ein Alltagsgegenstand bisher nur einmal gefunden, bei all den aberhunderten freigelegten altägyptischen Gräbern? Und wie lässt sich ein 2000 Jahre alter Gegenstand wie die sogenannte Bagdad-Batterie deuten, deren Nachbildung tatsächlich funktioniert? Obwohl Elektrizität damals, zumindest nach heutigem Wissen stand, noch unbekannt war. Oder wurden selbst altegyptische Tempel schon durch Glühlampen beleuchtet, wie Reliefs nahelegen? Filme wie die Indiana-Jones-Reihe befeuern Verschwörungsmythen. Ausstellungen mit Wunderdingen, die einst von den Göttern, sprich von den Außerirdischen, geschaffen worden sein müssen, ziehen Menschenmassen an. Der Kreis der Mystery- und Parawissenschaftsfans ist groß. Die Anhänger dieser alternativen Archäologie haben ihre eigenen präastronautischen Interpretationen von Fundstücken. Sie unterstellen den etablierten Archäologen ein Mainstream-Denken. Was nicht in die gängige Chronologie passe, werde durch falsche Interpretationen gängig gemacht. So werden brave Museumsdirektoren verdächtigt, Funde, die nicht in das vorherrschende Muster passen, in dunklen Magazinen verstauben zu lassen. Man unterstellt ihnen eine Manipulation der Analysen und spricht von verbotener Archäologie, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Ins Fadenkreuz geraten dabei vor allem archäologische Funde, über deren Bedeutung seriöse Forscher selbst unsicher sind. Objekte, die scheinbar der üblichen Chronologie der Menschheitsgeschichte widersprechen. Die offenbar am falschen Ort, zur falschen Zeit, mit einer Technik hergestellt wurden, die noch gar nicht erfunden war. Die ein unbekanntes Kapitel unserer Erde aufdecken, die vermeintlich von einer Menschheit vor der Menschheit künden oder von Besuchern aus fremden Welten. Archäologen nennen sie O-Parts, das steht für Out-of-Place-Artefakte. Bevorzugt werden sie im alten Ägypten verortet, von dem die Experten für alles Extraterrestische zu glauben wissen, dass hier vor Tausenden von Jahren Außerirdische landeten, um beim Bau der Pyramiden behilflich zu sein. Denn diese Bauwerke können doch unmöglich von dieser Welt sein, oder? Verschwörungstheorien üben eine gefährliche Faszination aus, nicht nur in der Archäologie. Es geht um nichts weniger als um die einzig wahre Wahrheit, die eigene. Die Welt ist voller unerklärlicher Dinge, für die die Wissenschaft erst im Laufe der Zeit Erklärungen liefern konnte. Erklärungen, die eine Generation später im Lichte neuer Erkenntnisse schon wieder revidiert werden mussten. Unser jetziger Wissensstand ist nicht die letzte Erkenntnis, ein fruchtbarer Boden für Verschwörungstheorien. Es sind solche Fragen, die nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Anhänger allerlei kruder Theorien rund um die verbotene Archäologie umtreiben. Das wohl bekannteste Beispiel für die leidenschaftliche Auseinandersetzung zwischen Verschwörungstheoretikern, Archäophantasten und etablierten Wissenschaftlern kreist um eines der größten Rätsel der Archäologie. Für Präastronautiker sind die weltberühmten Nazca-Linien in Peru eindeutig die Orientierungsmarken eines riesigen Weltraumbahnhofs außerirdischer Weltraumbummler. Denn die waren schließlich nicht nur in Ägypten oder im tiefsten Afrika zu Besuch, wo sie einem isoliert lebenden Stamm astronomische Zusammenhänge nahebrachten, die von Irdischen erst sehr viel später durch starke Teleskope gesehen werden konnten. Wo sie, die Aliens, doch schon mal da waren. Auf der Erde.